von daher bin mal gespannt also man hört verschiedenstes deutsch starten okay i guess bin mal gespannt bin ich sehr gespannt das bleibt auf jeden fall im kopf ja in der darstellung von gewalt kick him in den nats okay cryware das ist schon mal eine sorge oh ja das ist mein das ist mein hier opening screen fragezeichen ok machen wir mal mit der expekte ok das ist keine dieser capcom loading screens wo du währenddessen irgendwas zerschnitzeln darfst was bist du this place freaks i know wait you don't expect me to mop up do you come on those guys are cake not to mention much sexier than you well your sexy little friends they're coming for a dance die frau ist doch doch what the fuck die ist doch ich würde sie nicht von der ach du scheiße ach du scheiße okay ich krieg direkt auf die fresse okay intro stage intro gegner die steuerung ist merkwürdig ich konnte ihn so oh shit man da habe ich nicht aufgepasst ich konnte ihn suplexen ich soll erst zwei leute verprügeln die mich halt verprügeln und dann kriege ich ein tutorial so nach und nach nein nicht das tutorial okay das ist kick das ist auch kick ach das ist noch oh gott suplexes fat ass oh mein gott okay die steuerung ist aber arg gewöhnungsbedürftig it's like es ist irgendwie tank controls ein bisschen what the fuck oh mein gott das wäre ein sicker move geworden oh mein gott es ist im grunde ein 3d fighting game how do i block okay ich hätte gerne mal ein ganzes tutorial yo lpg mauer danke für den sub moment mal wir machen mal das was man damals in der zeit gemacht hat we look in the fucking manual okay ja blocken ist für anfänger okay king da ich weiß du hast recht erste schritte um genau zu sein erste tritte ah he didn't say that so dann wollen wir doch mal gucken okay äh gott oder der just check out that artwork just check the shit out das sieht stylischer aus okay was haben wir denn hier das sind unsere charaktere sie ist offenbar olivia und ich weiß nicht was sein problem ist sie ist fucking she's hot i would bang okay r1 ist roulette öffnen da bin ich noch nicht ganz durch r2 ist god hands auslösen l2 ist provozieren ich hab also ein fucking taunt ach und l2 ist eine 180 grad drehung okay kombo gegen stetigen zum bestätigen es gibt kein blocken there is no block ich kann nicht blocken wenn du mit einer passive card gegen reise sag hey hallo dude auf jeden fall machste bequem so fühlst man sicher aber es gibt kein blocken laut dem handbuch gibt es kein blocken figur bewegen ausweichen menü provozieren drehung god hand roulette angriff abbruch aktion bestätigen angriff gegenstand werfen bestätigen und kombo es gibt kein blocken jetzt ohne scheiß ich denke mir das nicht aus also für diejenigen die es mir nicht abkaufen mein das könnt ihr wahrscheinlich eh nicht lesen aber there is no block there is no block there is no block roulette kugeln ah ah so okay das ist das also dann jetzt die zeit läuft die spielzeit läuft weiter das ist mir grad scheißegal ich will einmal das ganze hier studieren zumindest ein bisschen sobald sie die spannungsanzeige bestimmten ladestand erreicht der orange färb drücken sie r2 auslösen gott er macht unbesiegbar und schneller roulette technik wenn sie die kugel verfügen den r1 roulette anzeigen drücken sie den ablauf der zeit r1 und nacheinander roulette technik anzuwenden ah ok combos ach so so geht das beim aufladen oder taste drücken ah ok ok i think i know what to do now i think i got the basics now wieso ist das jetzt schon wieder achso spamming emotes ok ok let's try this i got the big stick die steuerung ist ist ein bisschen leer hier ok alter die steuerung nicht mal das gameplay an sich aber jesus great was auch immer ich da aufgehoben habe was auch immer just chuck it ok geben wir mal in den salo in den saloon in den saloon es war einer Oh, Kick is nuts Tutorium, gibt es noch mehr etwas zu wissen? Oh Gott, den auszulösen Ja, okay Alter Jesus Was ist das denn jetzt? Ihm fehlt der halbe Kopf Okay, erster Boss, okay Autsch Okay, dann Wow Ich bin fast tot Oh fuck Autschi Ich hab nichts mehr über And I'm dead Weiter, ja I guess Muss ich jetzt alles nochmal machen? Ist das ein Boss? Ist das ein Boss? Zu Mubot? Was ist Mubot? Ja, ich muss alles nochmal machen Okay, gut Es ist echt wie ein 3D-Fighting-Game Es ist irgendwie nice Auch wenn ich mir wünschte, ich könnte blocken Ohne Scheiß Oh, get countered Great Ach, da ist er Gott, der ist allein davon schon außer Atem Oh ne Okay, Godhand müssen wir definitiv jetzt da vielleicht aufheben Für den großen Das ist aber awesome Weißt du, auch wenn das Gameplay an sich gewöhnungsbedürftig ist Es macht leider Spaß Einfach weil es sich Es fühlt sich an sich gut Wow Okay, warte mal Das sieht mehr Mehr falsch aus Aber gut Das sieht nicht aus wie ein richtiger Move Aber das ist okay Level hoch Oh Get dunked Ich muss Muss ich echt mal sagen Es fühlt sich verdammt gut an To be honest Oh, das ist ne nice Combo Oh, Leben Warte mal Du hast diesen Super-Dämon gedroppt Der aus dem Nichts kam Auf jeden Fall hebe ich mir mein Nightbot Danke für den Sub Ähm X-Gamer Ich sag mal Vielen Dank trotzdem für den Sub Auch wenn du nem Bot gerade Zum Sub gekannt hast Okay, in dem ist das offenbar immer drin Okay Why would you do that? Wow Oh ne Nicht jetzt Oder 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 Oh mein Gott Get fucked Oh mein Gott Get dunked on Oh mein Gott Fuck How Ich hab mich entschuldigt und dafür Ein Level-Up verloren Oh mein Gott Ja, das ist ne gute Combo I see Weil das juggelt Und gibt meistens Okay, now I'm dead Oder auch nicht Haha Joked ja Oh fuck Oh yeah Oh yeah Oh Zack Boom I'm almost dead again Oh mein Gott Wie lang geht das? Oh shit Wieder game over Alles normal Ich hab das Gefühl Ich hab das Gefühl Ich spiel dieses Spiel falsch What the fuck Ich hab mich entschuldigt Und das Ah ne Da ist ein Checkpoint Ah okay Da spielt da so ein Checkpoint-System This works fine Es sei denn die blocken Ich wünschte zu Ich würde Ich könnte blocken Okay Ich darf einfach nur nicht Diesen Bauchplatscher machen Der Bauchplatscher ist Is dangerous Die Orange lasse ich da mal liegen Vielleicht brauche ich die später Tutorial Ab Long and Final Können mit Abwehrbrecher Fertig gemacht werden Was ist ein Abwehrbrecher? Ist das hier Abwehrbrecher? I don't feel Was ist ein Abwehrbrecher? Aua Das wäre geil Wenn das Spiel mir sagen würde Was jetzt ein Abwehrbrecher ist Das offenbar nicht Warte mal Lassen wir nochmal kurz In das Handbuch gucken Da stand glaube ich drin Was Abwehrbrecher ist Oder? Angriff Gegenstände werfen Kombo Nimm alles zurück Steht hier doch nicht drin Fuck the shit Warte mal Was ist wirklich hier mal Gottesstampfer ist der stärkste? Cool Das Spiel ist cool Kann ich irgendwo was sehen? Nö Steuerung Ah Das ist genau dasselbe Wie ich schon gesehen habe Das Spiel sagt mir jetzt also nicht Was ein Abwehrbrecher ist Abloggen Abwehrbrecher Was ist Abwehrbrecher? Spiel Oh der hat ein Rohr I want that Rohr Gib mir das Gib mir das Rohr Oh der nächste Der nächste hat richtig Spaß I tell ya Die Musik ist auch Witze Das Spiel nimmt sich null ernst Ich mag das irgendwie Schwere Angriff Jetzt ist die Frage Das hat ja eben jetzt nicht funktioniert Aber mal gucken Wir kriegen das schon raus He got a Sledgehammer Gib mir das Oh yes That's the hammer Hammer time bitches Oh ich glaube ich habe mehr Spaß In diesem Spiel Als es gesund ist für mich Ah das ist so ein Das ist eine Kugel Eine Roulette Kugel Oh nein Fucking hammer you to death Oh echt jetzt Au Okay then Okay then buddy Boah Ja Dich möchte ich zuerst loswerden Du bist mir dann doch Du bist tot Du hast keine Energie mehr Du schummelst Aua Du hast keine Energie mehr Halt auf zu reden Was ist jetzt ein fucking Angriffsbrecher Weil offenbar Darf dieses Ding weiterleben Bis und Ende Now it's dead Lange gerade eins erworben Ich kann meine Kombo erweitern Irgendwann Ja aber der hatte keine Energie mehr Das gilt nicht Boah Das gilt nicht Ist die Orange noch da hinten Ich gehe mal kurz zurück Oh ja Die spawnen nicht I love it Ich liebe mir Some Citrus Fruchte So jetzt ist Nightbot Also sup Ich weiß nicht ob diese Macht nicht Ja das ist Das ist weird I got my roar back Die Musik ist Warte was ist da Da ist ein Punkt Oh Du bist Oh ich hätte dich beinahe mit verprügelt Ja Mensch Nächster Bereich Okay Das ist Das ist Quite fun Das hat was Ist zwar auch schwer wie sonst was Und die Steuerung ist Abgewöhnungsbedürftig Und das Spiel Will mir offenbar Partou nicht sagen Was ein Angriffsbrecher ist Shop betreten Es gibt einen Shop Jetzt bin ich mal gespannt Oh Juck juck Oh Techniken Roulette Ausverkauft It's Pizza Welpenpizza Samurai Sushi Ich hab nur 5000 Also kann ich mir nicht viel Kann ich mir gar Pimp Hand Ich glaub ich will den Pimp Slap Ellenbogen Gib mir die Pimp Hand Ich kann meine Moment Oh Ach das ist die normale Combo Ich kann meine eigene Combo machen Oh mein Gott Wie cool Wow Hier Abwehrbrecher Da Das ist ein Angriff Ach Da ist der Abwehrbrecher Das ist nach hinten Quadrat Ach Guck mal einer an Ziemlich langsam Für den ersten Move Ich kann aber alles Überall hinpacken So wie es aussieht Ist auch nicht schlecht Das lasse ich erstmal so Aber ich will die Pimp Hand drin haben Was ist wenn wir eine lange Gerade rein machen Das Ding hat ziemlich viel Wind Up Ich pack mal hier die Pimp Hand rein Mal gucken wie das funktioniert Das ist cool Dass man sich seine Verkaufen Ich kann alte Techniken verkaufen Ich kann alte Techniken verkaufen How does that work Okay bye Casino Kann ich ins Casino Äh Vivi ist kurz einmal weg Deswegen die kommen nachher wieder Es gibt ein fucking Casino Das heißt ich könnte mir jetzt quasi Mit Glücksspielen Meine Combo Hocharbeiten Oder was Blackjack Ne Blackjack bin ich scheiße Oder noch mehr Blackjack Unsere Preise sind königlich Habe ich überhaupt so viel In dem Ticket kannst du eine Schatztruhe öffnen Aber pass auf Das ist ein blaues Wunder Ah Okay Offenbar gibt es hier nur Blackjack und Nutten Das ist ja Ne Und ich kann mir weder das eine noch das andere leisten Kann ich hier nicht Ich kann an Ich kann Videopoker spielen Okay Achso Okay nicht schlecht Achso so ne Art ist das Ach ne Halten So Geben Verloren Why Warum habe ich verloren Das würde ich jetzt gerne mal Ach ne warte Aber warum Was haben die anderen Das sieht so Rekt Ja Das sieht so Das sieht so Rekt Da liegt einfach Geld Wenn du ein Level beendest Könntest du an Kampferräder Neue Mission versuchen Ja Für das Mission Genialen Bonus Aha Okay Machen wir erstmal weiter Genug Gambling Für heute Das ist Illegal It's like Lootboxes Ja Laufheimer Da hast du gar nicht mal Unrecht Was ist das hier Beim Sparing Bist du Alle Moves Unverwundbar Ja weißt du Heute sagt man Oh Lootbox Das ist Gambling Das geht ja mal gar nicht Oh Und weißt du Hier ist ein Literal Casino Literal Casino So wortwörtlich No questions asked Just Casino Mit Blackjack Poker Nutten Okay Captain Minirock Wenn du das sagst Ah Much better Gene Are you listening Ah Have fun Got nothing to do with me Nice ass Oh Yes Must be hunting season Er sagt einfach nur Au 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 Oh nein Nicht der Boomerang It's time to get to business Gene Hat die Frau auch andere Optionen außer Boobshot und Assshot What the hell Check your back smart ass Son of a bitch Damn it Olivia This is cheesy but I like it I love cheesy stuff I love that cheesy shit It's super merkwürdig Aber ich find's super cool Oh Da ist es der Angriffsbrecher Da There we talking Oh shit Das Au Dass man echt nicht locken kann Ist irgendwie Ich weiß nicht Fühlt sich merkwürdig an Ah Okay Da ist auch Dass das auf dem Stick ist Ist ein bisschen You know Kann ich auch Ich kann Ah Ich kann Joken Fuck fuck Ich hab mir jetzt schon fast tot Vor allem das Schild klebt immer noch an mir Oh das Spiel ist schön Oh this game is nice Gewöhnungsbedürftig von den Controls her Weil es ist irgendwie Ich weiß nicht Irgendwie ein 3D-Fighter mit Tank-Controls Aber erstaunlicherweise Aua Funktioniert's Wow Supermove Die Combo ist nice Das Sharkwave Komisches Auto-Aim auch ein bisschen Oh Oh shit Suplex You don't do that Wow Es hat so ein Echt starkes Arcade-Feeling Aber das ist irgendwo Total cool Ich kann die Dinger tragen Das sehe ich jetzt erst Ich schlag Ich zerschlag die immer Wenn ich Fässer sehe Muss ich sie zerschlagen Es ist definitiv was Neues Also mal was Was anderes Was ist das denn Okay I guess Da ist einfach nur ne Ne Teufelsfee am rumflabbern Okay cool Töte die Feinde innerhalb der Zeit Okay Kriegen wir hin Zur Not gehe ich Gotthand Ach komm Drehen wir mal ein bisschen durch Bruh Bruh My Fap hand Wie viele kommt denn hier So you can Level up Oh Did you see that Aua Man kriegt dann auch wieder Level runter Ach du Scheiße Selbst Im Fight Nimm das Fedders Okay der hat ne derbe Keule Willst du das Game heute noch streamen Oder vielleicht sogar Projekt Ich mach das glaube ich irgendwann weiter Einfach so einfach ist das Weil ich Mach ja heute Will ja heute noch mehr machen Aber Ich glaube das Das spiel ich nochmal irgendwann Irgendwann Das ist Das ist fun Das macht Spaß Okay Hier war mir meine Gotthand Freakhead Am besten mal auf Fuck Mach doch den Fucking Deckungsbrecher Scheiß Okay da Das war nach hinten Ich hab die ganze Zeit Nach vorne gedrückt Level up Fucking Oh Come on Shit Come on Ich will das schaffen Ich will wissen was ich dafür kriege Ich will das wissen Das macht Spaß Das muss ich sagen Gott entt Das ist was schönes That's some funky shit Ich will wissen was das mit dieser Das ist merkwürdig Aber irgendwo like ich's Irgendwo mag ich's Ich hab keine Ahnung Ich spiel's ja auch grad zum ersten Mal Ah der Dash Okay So geht der Boop Boop Ow Okay then Level up Ach du Pisskopf Oh wirklich Okay dann So das war einer Doch die Frage ist Was bringen die Level Oh mein Gott der Kerl Okay ich spare mir meine Godhand Fähigkeit Definitiv für den Kerl auf Vor allem Godhand Es klingt auch so Der Titel hält was er verspricht Das ist irgendwo episch Okay einen Versuch gebe ich mir hier noch Das kann doch nicht so schwer sein hier Das kann doch nicht so schwer sein Leojo bedroff hier Okay Come on I found a dropkick I found a dropkick You're gonna have a bad time now Nächster Du Pissbirne So jetzt aber Okay Magst du mal aufhören mich zu nerven Junge Pissbirne Super X Ach kommst du mir immer aus der Seite Ne okay Einmal noch Einmal noch Jetzt wo ich diesen Dash Move raus hab Jetzt ist hier Ende This is fun Jetzt wo ich so langsam mit dem Kram raus komm Oh ja come on I will fucking dropkick your asses Ja 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 Oh fuck Das wollte ich doch gar nicht Ich wollte ihn eigentlich Ach come on Stell dich nicht so an Anstellen tun wir uns an der Kasse Junge Ach du Arschgeige So jetzt aber Nächster Fass mich nicht an Wieso hast du jetzt nicht das gemacht Was ich eigentlich Wollte dass du's machst Oh come on Und Gut Okay Den Sau kriegen wir ja auch noch kaputt Oh nein I fucked up Nö Hör doch mal auf mir anzufassen Okay then Nein Dreh dich um Oh Gott Und Putz Ja man Der letzte Gatter geht 7500 Alter So viel Kohle Doch ich kann backsteppen Das Problem ist Die Steuerung ist echt Gewöhnungsbedürftig Das muss man echt mal sagen Weil Du musst dir vorstellen Bewegen Ist Ist ne Art Tanksteuerung Also wirklich Tank Tanksteu Das war ein explosives Fass Okay Müsste ich jetzt den anderen Jetzt auch noch mal machen Ne ich Ich darf ab hier weitermachen Okay Danke liebe Spiele Ich hab dich lieb Ich mag dich You bitch Mehr ist das nicht Okay then Ich geh dann man See you later Ich nehme auch die Tonne Bitte Ich kann zwar kaum was sehen Ah da sind welche Aua Aua Vor allem Level mal rauf und runter Wo kommt ihr denn Wo kommt ihr denn jetzt her Aua Okay then Oh gib mir Gib mir Nächster Das Spiel hat an sich auch Ein ganz schönes Auto Aim eigentlich Das ist gar nicht mal schlecht Oh I will take this Das nehme ich mit Oder auch nicht Okay Also das Schlimme ist Ich hab nur Dawn of Dreams mal gespielt Von Onimusha Und hab da auch nicht Besonders weit gespielt Irgendwie irgendwo wusste ich Dann nicht mehr Wie ich weiterkomme Und dann ja I gave up Halfway through Oh Gott Was bist du denn Für ein Edge Lord Was bist du denn Für ein Edge Lord Was bist du denn Für ein Trottel Sure about that I can feel it Look at his left arm He is a God hand Those are some spiky titties God hand is so blasé Call me the devil hand I don't care Edge Lord Coon Was bist du Bist du ein Vampir Oder ein Goblin Eins von beiden Such's dir aus Sukobus Ja Sukobus Und das Was bist du Oha Oha Jetzt ist aber mal Elvis Du siehst aus wie Krillin Der ein paar zu viele Burger hatte Und so pimp geworden ist Als ob sich Krillin gedacht hat Boah Fuck Martial Arts Ich werde pimp Das mit C18 hat sowieso nicht funktioniert Ich werde pimp Ich habe 8000 Ja wir waren Wir machen nochmal erstmal weiter Oh my God Dieses Spiel Oh ich liebe es Oh das wird weiter gestreamt irgendwann So viel ist man sicher Das Spiel ist fun Challenging yes Aber fun Wupp 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 Alter Jesus Wie viel Schaden hat der mir gerade abgezogen Was machst du Was machst du Oh nein AI 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 Buzzer! Game over! Oder auch nicht, jetzt! Yes! Prolet cool! Braucht aber Energie! Am besten, ich mach mal so. Punch die Tür ein. Nein! Oh Gott! Ah, es hat mir aber einfach nur die Kugel nicht gekostet. Help! Oh mein Gott! Das, ich weiß es, ich hasse es, wenn Leute das sagen. Ist das ein Jojo-Reference? Aber, for fuck's sake, diese Kerle, ne? This guy, right here! This looking motherfucker! Er hier. Dieser Move, den er mit seinen Armen macht, ne? Das ist eine absolute Anspielung auf Vamu. Da, check this shit out. Das ist eine absolute Anspielung auf Vamu. Fucking Battle Tendency. Ja! Und boom! Ach, ich Idiot. Was bringt es jetzt, Level-Ups zu haben? Fuck. Alter, yes. Baby, White Cat. Das ist meine Maschine. Fuck, die können sich auch ducken. Ja, okay. Fuck, fuck. Okay. Schade, da kann ich nicht mit interagieren. Schade. Ich kann aber ganze Türen einreißen. Das ist nice. Was ist das für ein hässlicher Hund? Gift, Chihuahua? Wenn du ein Blutzerum willst, komm und hol es! Das ist mobbing. Und ich wohn't fucking allow it. Ich wohn't fucking allow it, fatass. Fuckin' Asshole! Boots! Time to die! Time to die! Nein, 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 nein. Oh, putz! Oh, putz! Aber wo? Shit, wo ist denn das? Ne, hier ist der Raum. Hat der das hier jetzt irgendwo hingebracht, der Pemme? Der Penner? Hier ist niemand. Ne, oh, machen wir mal ein bisschen schneller hier. Ja, da hab ich jetzt grad keine Zeit für. Gut zu wissen, aber... Oh! Okay, der Fetso! Gib mir, was ich möchte. Oder auch nicht. Der hat auch nicht das, was ich wollte. Da muss es irgendwo anders sein. But where? Ja, hör auf zu heulen. Ich bin ja schon am Machen. Ich muss aber auch irgendwo am Leben bleiben. Ein Haufen boxen, what the fuck. Dude, chill. Ich find das schon. Irgendwo müssen sie's ja haben. Oh, frische Erdbeeren. Oh shit, ein großer. Das war awesome. Oh, die Kombos fühlen sich richtig gut an. Bist du noch... Ja, du hast noch die Hälfte in Energie. Oder... Hä? Da, warte mal, die... Mein Radar zeigt... Ah, hier! Au! Oh shit! Oh nein! Okay, dann! Alter, warum existieren die Dinger? Die sind irgendwo... Nice! Ne Leiter! Hoch springt! Äh, wo ist der jetzt? Achso. Ist der jetzt wieder rein? Wo ist der Arsch? Da! Oh shit, zwei von den Großen? Oh fuck. Aber gleich ist God Handvoll. Jetzt ist Sub-N-Duster mit euch! Da auf Steinkta! Da! Oh yes! Give it to me! Da! Nächster. Ah, God Boner. Alter, du... Jetzt gib mir das. Oh, bitte leb noch. Ich hab mir sehr viel Zeit gelassen, leider. Nee, er lebt noch. Okay, gerade so. Gift, Chihuahua. What the fuck? I'm cured. I'm cured. Mio Nanda, you! Nimm diese Truhe, die ich mir aus dem Po geholt habe. Krank. Ich hab dadurch einen Drachenkick bekommen. Oh, shit. Noch mehr. Ey, man fühlt sich echt wie ein Badass, wenn man hier geile Kombos drauf hat. Vor allem ist die Musik ultra geil. Das ist jetzt dangerous, was ich hier mach. Oh, ja. Oh, ja. Bleib liegen. Stay down, you... Das machst du nicht. Oh, nein. Nein. Oh, come on. Oh, von wo... Oh, bitte sag mir ab dem Drachenkick. Bitte sag mir, das war ein Checkpoint. Oh, bitte. Oh, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh, das ist jetzt nicht cool. Das ist eine Menge Zeug, den ich neu machen muss. Der Drachenkick war also kein Checkpoint. Okay. Aber das Gute ist, jetzt weiß ich ja, was ich machen muss. Ach, geil. Super. Da kommt jetzt so einer dabei raus. Das hat mir ja gefehlt. Shit. Die Dinger, ne? Alter. Ihr seid echt... Warum existiert ihr? Okay, den hab ich. Nice. Okay, jetzt weiß ich ja, was ich machen muss. Ich will aber den Hammer. I want that hammer. Ach, come on. Gib mir das. Schnauze. Und hopp. Verfolgen wir den Penner jetzt erst mal. Oh, dann hauen wir den. Den werde ich so hauen. I tell ya. Oh, fuck. Oh, fuck. Das ist meiner! Okay, nimm ihn. Behalt ihn. Schieb ihn dir quer in den Arsch. Das ist mir... Oh, okay. Okay. He's in fucking asshole. Okay. I see. Time to die! Ach, come on. Wirklich? Mit dein fucking... Uppercut-Scheiß? Die ergeblich. So. Okay, offenbar sind diese Biester random. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen will. So. Gib mir den Hammer. I want that Hammer. I love it. I love it. Willkommen, Big Chili. So. I will fuck them up. I fuck them up. Now I know what to do. Äh, side-end, die wollen sich jetzt wie absolute Oberhärsche benehmen. Das geht natürlich auch. I will still fucking annihilate you. Suplex! That's one down. Und natürlich kommt der dabei raus. Ah! Und nur um Full-Mode zu gehen. Weil gegen euch habe ich da echt keine Lust drauf. Und putz! Und putz! Das ist das was! Gute Nacht! Oh, warte. Aufheben. Oh, I will fucking annihilate you. Fucking annihilated. Oh, you got a bad time, dude. So, erstmal heilen wir unseren Kumpel hier. Ja, das ist jetzt in Rekordzeit. Aber man hat auch gut Zeit dafür. Ich bin geheilt. Hier, hab diese Truhe, die ich mir aus dem Arsch ziehe. Oh, das Spiel ist so... Achso, jetzt ist es nur Geld. Achso, wahrscheinlich, weil ich den Move jetzt trotzdem hab, I guess? Jetzt haben wir nicht hier... Sowas ist auch random. Wow, okay. Zeug nach Leuten schmeißen ist effektiv. Typischer Die-Spruch. Warte mal. Für den da drin... Wobei, das... Da ist ein Zivilist. Oh, nix da, Kumpel. Ja, Mann. Das war blöd. Counter. Ja, am Instant-Level runter. Das hat irgendwie funktioniert. Maltretierer. Kick his dick. You die. Awesome. Es ist echt wie so ein Arcade-Game und ich liebe sowas. Warte mal, ich hol mir noch mal diese eine Orange. Ach, fuck. Hier ist noch was? Nö, hier ist nix. Vivi kommt gerade gar nicht auf dieses Spiel klar. Ich empfinde es einfach nur als awesome. Okay, da kann ich nicht durch. Oh, da ist noch Geld. So, jetzt will ich aber diese Challenge machen. Oder ihr kommt zuerst. Das geht auch. Au! Wirklich jetzt? Okay, dann. You brought this to yourselves. Boah. Na? Noch wer? Sharkwave! You die. So, und jetzt ist da ja noch diese eine Challenge. Wir müssen mal gucken, ob ich die kriegen kriege. Oh, ich liebe dieses Spiel auch. Ohne Scheiß, Kiki. I fucking love this game. Okay, versuchen wir die Challenge mal. Ist ja offenbar auch als Checkpoint. Oh, Capcom, you did not do that. Oh mein Gott, you did not. Oh mein Gott. Das ist so fucking awesome. Okay, andere Seite. Oh, Capcom, you did not just do that. This is so fucking awesome, ne? Jetzt noch die Mutterhaube. Alter. Alter. Oh, das wird knapp. Das war... Den Kofferraum auch noch. Oh, wow. Okay, das ist eine Menge Zeug, was du zerstören musst. This is a lot of stuff. Guck, vielleicht kriegen wir das anders besser hin. Okay, this is... I fucking love this. Diese Streetfighter-Anspielung allein, ne? Was ist, wenn ich das hier mache? Ist das mehr... Ne, das dauert viel zu lang. Okay, aber ich kann definitiv Zeit sparen, wenn ich jetzt erst den Kofferraum kaputt mache und dann den Weg andersrum gehe, you know? Familienfreundliches Auto, mein Arsch! Oh, das ist so fucking awesome. Ich habe leider gar nichts wirklich sonst frei, außer ich habe keinen God-Hand-Mode. Oh, come on! Come on, Karn, die! Okay. Jetzt mache ich das zu Anfang nicht so, wie ich es eben gemacht habe. Ich mache das jetzt mal so, dass ich einfach drum herum gehe. Das scheint ja gerade mehr gebracht zu haben. Nur, dass ich zu Anfang nicht so viel Zeit verschwende. This seems to work. Es sind solche kleinen Sachen, ne? Es ist sowas... Solche schönen Sachen, wo einfach ein Spiel gut machen. Okay, das ist eine Seite. Oh, das könnte... Oh shit, ich war noch nicht fertig, was? Ja, ich war noch nicht fertig. Ja, da war noch die Aufhängung. Ah, das sieht nicht gut aus. Ich muss mal gucken. Vielleicht kann ich ja meine Kombo irgendwie gleich verändern. Ne, ich habe wieder nur 10 Sekunden für die Front. Das ist... Ne. Aber man hat immer mehr... Man hat an sich immer mehr Zeit. Aber mal gucken. Vielleicht kann ich ja meine Kombo ein bisschen verändern, sodass ich da mehr Damage rauskriege. Jetzt muss ich mir ja nicht um Damage-Potenzial... Also mehr so um DPS. Ich brauche mehr Damage per Second. Kann ich meine Kombo hier umändern? Verbrauch 2... Ach so! Das ist so ein super, super Move. Die muss ich nur auswählen, denn... Ah. Techniken, hier. Die dauert zu lange. Der sowieso, der Roll Kick. Das Schlimme ist, ich habe nicht viele Techniken wirklich. Ne, ich habe leider nicht wirklich Techniken über. Ein Versuch noch. Ein Versuch noch. Vielleicht muss man das ja auch echt irgendwann machen, wenn du andere Techniken hast. Who knows? Mesh jetzt mal nur Quadrat. Mal gucken. Und ein bisschen Dreieck. Nein! Ja, ach. Kann ich nicht... Ach shit, darf ich nicht. Ich habe. Ich habe. und ich... Ich habe. Ich halte scheiße. oh i fucked up i can't do this das ist machbar das ist absolut machbar das macht mir mehr spaß als es sollte das ist schlimm zu anfang habe ich gedacht oh gott das wirst du wegen der steuerung hassen aber das ist ja alter na komm ich war so knapp dran ich mach schon mal gleich so ein bisschen schaden an der seite mit beziehungsweise hinten oh das sieht gut aus oh come on ja man drei sekunden noch über 5000 nice okay das ist das ist capcom bitte entweder zweiter teil oder hd remaster bitte capcom wie wie konntet ihr dieses spiel hier mittlerweile vergessen wie konntet ihr seine existenz so ignorieren i mean for fuck's sake es es hat so ein arcade charm das ist schon nicht mehr feierlich eigentlich es ist so genau der richtige genau der richtige grad zwischen es macht spaß aber es ist schwer you know zusammen mit der tatsache dass du eine kombos fucking selber machen kannst jetzt mal ein paar cashews hier hab hier ungesagt eine cashews bei mir liegen das geilste zeug jetzt gar nicht gesundheit wird um 20 erhöht ist aber ganz schön teuer moment mal sich das richtig dass das dauerhafte boni sind also ein dauerhaftes upgrade dass meine max health erhöht wird saft für die für die klein ich komme erst mal das hier inklusive sonderbonus warte mal bezahlen oh das ist ein double hit sogar kaufe ich mal ja ja tatsache ich habe ich kappen extra heap oh den ellenbogen heap oh das ist nicht schlecht das sind acht damage das ist ein guter combo finisher oh parsig zabel ich verstehe ja es ist leider blind ich habe es vorher noch nie gespielt aber ich liebe es jetzt schon ohne scheiß aber vielleicht kannst du mir ja immer sagen sehe ich das verstehe ich das richtig dass das dauerhafte upgrades sind also quasi maximum spannungs upgrade maximum gesundheit ich gehe das ich gehe jetzt einfach mal davon aus und guck gleich mal weil das spiel ist awesome this is fucking awesome jackpot parsig zabel danke dir für's first follow because i fucking love this game das sind permas okay sehr schön ich dachte das wäre nur kurze heilung aber wenn das permanente alter ist das ist das spiel lang oder kommen wir es nur so vor geil jetzt habe ich nüschel zwischen und schien das ist fucking great und schien das ist fucking great ja ich habe echt mehr energie jetzt oh yeah oh oh ei karamba zack nimm das dickerchen nimm das dickerchen hat er gerade ihn umgerannt ich will fucking kick you ich will fucking kick you es fühlt sich so unglaublich gut an ach du scheiße ich beschmeiß euch mal weiter mit kisten ne ich will fuck you up guys ich will fuck you up guys nope not really nope not really ok was zur helle hat er gerade versucht sein kumpel zu schmeißen ah da war meine kombo scheiße oh fuck das macht mir nicht mal was aus davon mal trittiert zu werden i'm dead oh oh what warum ist meine meine healthbar so klein what das ist glaube ich hier in dem spiel normal ich muss alles nochmal machen bis dahin ja okay dann boss stage scheinbar Irgendwas ist an meiner Kombo falsch habe ich das Gefühl, warte mal Yes Jetzt können wir mal gucken, vielleicht kriege ich das nächste Mal diesen Drachenkick hin Okay Nächster Level hoch Und den knocken wir auch aus Zack Sekunde mal Pause, 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 Pause So habe ich doch nie meine Kombo angefangen Ja, ich würde nämlich viel lieber mit einem Jab anfangen Uppercut 1 Warte 1 habe ich Ey, lange gerade dauert zu lang Oh, deswegen Wieso ist jetzt hier der Rollkick? Warte mal Ich brauche mal einen etwas schnelleren Move gerade Linker Jab Gerade Much better Jetzt ist es wie die Pimp Hand Also Wo ist der Rollkick hier? Okay Ach, da oben Feind schon hier ein Aufladeangriff Ah, guck mal Jetzt wundere ich mich schon Ich wundere mich schon immer, warum da eben das ist Okay, das ist much better Ja, das ist eine viel schnellere Kombo Hungry, hungry, hippo Nee, 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 nee Ja gut Äh Natürlich scheiße gewesen Weil aus irgendeinem Grund hat sich mein PC gerade gedacht Ich mag meine Candy Au Ist ja gut, du Hippie Das ist merkwürdig Ich glaube, mein PC mag echt meine Webcam nicht Was blöd ist Weil ich die eigentlich extra dafür geholt habe Oh Jesus Alter, der Schaden Oh fuck Ich gucke erst mal Vielleicht habe ich ja Glück Und in den Boxen ist noch irgendwie was an Oh yes Citrusfrucht Hui Oh 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 Deswegen jetzt auf einmal leider keine Cam mehr Weil ich habe das Gefühl, dass Das war blöd von mir I just got dunked Oh my god Es lief so viel gut Ich glaube einfach, dass Ich glaube, ich weiß langsam, wo auch das Problem liegt Weil das ist irgendwie Jedes Mal, wenn ich irgendwie meine Dings benutze Meine Grafikkarte Nein, nicht Grafikkarte Meine TV-Karte ist scheinbar Mit, äh Damit überfordert Wenn ich Cam und meine TV-Karte Live-seitig benutze Das ist glaube ich einfach zu viel für meinen PC Ich weiß nicht warum Fuck Das wollte ich doch gar nicht Oh, Banana Ja, deswegen Also wie gesagt Tut mir leid Ich würde am liebsten ja weiter mit Cam machen Aber Ich möchte ja nicht, dass irgendwann mein PC daran zu Bruch geht Weil Auf einmal alles schmilzt Ja, da, 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 da Nächster Oh ja, komm her I will kick this shit out of here So, da sind die beiden wieder Au Ja, das ist Fuck Ich hoffe, dass hier irgendwo noch was drin ist Was ich gebrauchen kann Aua Weil ihr tut echt weh Gewe, gut Könnt ihr aufhören, mich mit eurem Arsch anzugreifen Okay Okay, erstmal so Alter Alter Komm mal her Ich muss mal Bananen Wait Komm Au Feuerball Und Hadouken Oh, that's one almost down That's one Die Musik auch dabei, ne Na, jetzt kann er immerhin Jetzt können die nicht mal ihren scheiß Tag Team Roof an mir machen What Whip it Magst du da mal Ich hätt gern wirklich gern diese Kiste, you know Ja, nice Shockwave Maltretierer Oder, 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 oder Da kann man ja raustauschen Das ist ja Oh, nein Stylisch finish Banana Und zum Teufel kriegt man bloß solche Outfits her This game is so awesome It's so fucking awesome I tell ya So, ja, so ein bisschen spielen wir das auch noch Aber Auch nicht mehr so viel Aber Trotzdem Ich spiel's auf jeden Fall Weil Are you for real? Alter, was willst du denn für einer, hä? Grape I mean Banana Äh, einmal Das eine Spiel heißt einfach nur Bionicle Und das andere Bionicle Heroes Ich würde sagen, wir zocken beide Erst das eine, was normal klingt Und das andere dann, was wie eine Fortsetzung klingt So, mal gucken Ist jetzt wieder alles soweit Oh ja, es scheint eher Im Gegenteil Es scheinen eher mehr Leute dazugekommen zu sein Jetzt mittlerweile Eine Stage noch, okay? Eine Stage noch Ich hab zu viel Spaß an diesem Spiel Das ist Das ist eigentlich nicht gesund Und wie gesagt Es tut mir leid, dass ich jetzt die Die Webcam nicht mehr benutzen kann Aber, ja Ich muss mal rauskriegen Irgendwann Level ich mal meinen PC so dermaßen auf Dass das kein Problem mehr ist Oh nein, nicht, du I will fucking punch the shit out of you Aua Oder, 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 oder Wächst da Ich will jetzt den Drachen kickse Oh, warte mal Oh shit Oh fuck Please don't ban me, Twitch Der hat hier einfach nur sein Sein Business gekehrt Ich weiß, aber Alter, der blockt dann auch sein Wenn er blockt, ne? Oder, oder, oder Ey, Kiba Nächster Na, was machst du jetzt? Außer dampfen Nee Die 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 Ein Kruzifix Okay Okay But why though Okay, warte mal Ich nehme das nochmal mit Nice Dass man hier auch durch die Wände gucken kann Das ist eigentlich an sich super simpel gelöst To be honest So, du zuerst Ach shit Das war verschwendet Oh Oh dude Lieber dich zuerst Bei den Dicken Mit dem Dicken Habe ich keine Probleme eigentlich Oh yeah Der Rollkick Och come on Wirklich Ernsthaft Jetzt noch Killer Demon What? Oh fuck Das ist Schmerz Scheiße Alter Ja Jetzt muss der ja auch unbedingt spawnen Sharkwave Oh Oh Stylish Nein Fuck Fuck Oh shit Oh fuck Fuck Oh, dass die Dinger so random spawnen Das ist echt ekelhaft Oh man Lass mich raten Die gesamten Äh Ja War ja klar Diesmal spawnt der Kain Das ist vielleicht die einzige Sache Die mich ein bisschen stört Das ist diese Super Killer Dämon Ne Weil letztes Mal Ist hier einer gespawnt Achso Kostet mich ja gar nichts Aber Dass die offenbar random spawnen Ist das irgendwo Ich weiß nicht Dafür scheinen die mir ein bisschen zu gefährlich You know Pisskomm Nur mal so Also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie eine Waffe oder irgend sowas bereit hast Sind die Bieste echt gefährlich Aua Oder wenn du jetzt nicht irgendwie Dings hier Gotthand über hast Dann sind das echt soziale Pissköppe Damn Juggle Ups Ich meine jetzt gerade habe ich alles bereit Also Dragon Kick Jesus Ich habe mich den Dings geschossen Ah nö Geht doch Das hast du davon Fett Bucky Da Diesmal spawnt hier nämlich gar keiner Und eben habe ich hier jetzt schon den zweiten gehabt Deswegen ich ja meine ganzen Ressourcen aufbehalten kann Ich meine ich trinke hier gerade den Highlight Also Jeder Raum hat gerade gefühlt 5 Highlight Bereit für mich Achso warte Hier muss ich hin Oh fuck Nicht gesehen das ist der Block Nichts da Ohne Scheiß Wenn du dich erstmal in diese Steuerung eingefunden hast Ne It's super fun Zack Fuck Was soll das denn gerade Junge Drunken Fist und so Ach Mach nix Funktioniert auch Boah jetzt habe ich auch noch raus wie ich die Combo erweitern kann wenn jemand blockt Also langsam kriege ich den Bogen raus und dann macht das ganze noch mehr Spaß Oh fuck You don't do that Shockwave Achso weil der Distanz Okay Drehen wir mal durch Fuck George Oh nein Nicht der Wamu Move Au 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 Ah der macht den Boah Tornado Move Um genau zu sein Ich bin gleich wieder da ihr Freaks Warum ist es mir so schwierig Warum ist es mir so riskant Ich habe hier überall noch Heil Items Why not using it ne Ach hier geht es auch noch in den anderen Bereich Okay Moment Gleich Sofort Alter heil mich denn So wenn denn einmal voll bitte Alter that run cycle Sieht nur geringfügig lächerlich aus Oh das habe ich gesehen Du bist aber auch Du willst dich echt gleich wie ein Assi benehmen Habe ich gerade fucking Launcher into Launcher gekombot Sicker shit Oh fuck Dickerchen du lässt mal bitte die Frauen in Ruhe You have to respect women Respect the women motherfucker Oh fuck Okay then Scheiße das Ding hat immer noch so viel Leben Oder 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 Wollte eigentlich nur das Ding aufheben Aber das funktioniert auch Umkehrsweeper worm Meine Damen Meine Damen Meine Damen Wo sind die beiden Damen hin Meine Ladies Hier da Oh This is what This is what happens If you don't respect the women Okay die okay Ich bin mir gerade ein bisschen gesandwiched Das möchte ich nicht Du Pisskopf Ich war gerade mitten in der Kombo Ja Oh ja Kombos fühlen sich so unglaublich gut Ja ich bin hier gerade Oh fuck Okay then That's what you get Ow Nervous Das ist im Grunde alles nur für Geld Was Ach das seid nur ihr Nur ihr Seht zu wie ich das gleich bereuen werde Noch nicht okay Okay then Wo ist diese Bombe Ach da Ihr haltet nichts aus Aber ihr seid halt super flexibel Mach mal I love it Oh noch mehr von euch Ich meine okay So far so good Oh Oh Gotcha Bitch Äh What Okay Oh come on Wirklich Okay Nein 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 Das wollte ich eigentlich nicht Oh fuck Dragon kick Oh ich hab durch das Ding durchgetreten Nächster Bereich Ich hab zwar kaum noch Energie Und kaum Ressourcen über Und wir haben drei von diesen Kruzifixen Was auch immer uns das bringt Ach die Musik ist immer noch Die selbe chillige Ah ich brauch alle drei Okay also Musste ich das sowieso machen Okay This is what happens If you don't respect Whammon Oh mein Gott Weiter Level 1 Wer ist der Wir sind immer noch Level 1 This game is so fucking awesome Okay ich geh erstmal in den Shop Erstmal in den Shop Vielleicht nochmal ein bisschen an der Combo rumbasteln Und dann gehen wir mal Wieso Wieso Bewegt er sich gerade Als hätte er sich eingeschissen So mal gucken Na Roulette Gibt's immer noch nix neues Na machen wir mal Mehr Spannung Das kann ich mir nicht leisten Kniekracher Das ist schnell Und macht gut Schaden Vor allem Es ist erstaunlich Deep irgendwie So dieses ganze Techniksystem Warte mal Machen wir mal Statt linken Haken Das ist ziemlich langsam Machen wir mal Das ist sogar schneller Sieht mir danach aus Hochangriff Oh Ein Sweep Okay das ist aber soweit Damit bin ich zufrieden Aber da können wir uns was besseres holen Oder auch nicht Ne warte mal Da jetzt Wie wäre es wenn wir da Wir nehmen mal den Sweep Abwehr durchbrechen Feind jonglieren Ja das weiß ich ja Und das ist der Rollkick Aber kann ich da nichts anderes Beziehungsweise den hohen Seitenkick Ich ersetze den mal Ganz blöd gedacht Einfach mal durch Feindschleuder Ne warte wo ist er Hier durch einen Abwehrangriff Einfach weil er dann Dann kann ich hier nämlich was anderes reinpacken Weil nur X ist leichter da einfach mal ranzukommen Das geht dann glaube ich in In der Not einfach mal schneller Ja den Seiten Den Rollkick Den behalten wir Superschlag haben wir Nehmen wir den hier mal dafür Das scheint mir gar nicht mal so doof Vor allem jetzt ist der Der Kick Der ist super schnell Macht neun Schaden Es ist erstaunlich geil Ich bin ganz ehrlich Ich bin super positiv überrascht Von diesem Spiel hier Wenn wir Ja jetzt ist hier nämlich einfach Der Der Abwehrdurchbrecher Das ist super easy dann Vor allem komme ich damit nicht durch Oh die Kombo jetzt Die normale Kombo ist jetzt Um so vieles fixer Lass du mal ein bisschen pokern Fighting Ring Money can do anything Warte mal was ist jetzt Extreme Fighting Ring Ach so das ist Training Das wollte ich jetzt eigentlich nicht Oh Wie cool Kampferredner So viel ist man sicher So viel ist man sicher This game Is fucking awesome I can't tell that This game is awesome Da will ich irgendwann mehr von Vor allem wie lang ist das Spiel Okay warte mal Gehen wir mal davon aus Wir sind immer noch Tatsächlich Level 1 Dann ist das hier Warte mal Kann ich das Ne mit der Maus kann ich ja nicht Das zeigt man nicht an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Level Und wir sind jetzt gerade nicht mal mit einem fertig Also Is it awesome Ich will jetzt irgendwann weiterspielen Das wird auf jeden Fall weiter gestreamt So viel ist man sicher Das kommt doch mal wieder